Er war es ja mal Playstation oder Nintendo ich da war ich der Nintendo Fanboy und das hat sich bislang noch nicht geändert ich habe immer noch lieber ne Nintendo hier als ne Playstation weil ich einfach die Mario Spiele viel mehr mag was und ich war jetzt sicher ich kann den Baum einfach weg ran das ist ja ok abbrechend und testen wir mal den